Dämonen Und du stirbst bitte? Oder auch nicht? Nächster Dämon vertreiben Frostlawine Äh, falsches Zauber Frostlawine Und starten So, nochmal zwei weniger Das ist lächerlich Und jetzt müssen alle sterben Ehe, geil Tja, Frostlawine Der Zauber hat's drauf Oh Gott Das wird bestimmt Bergeerfahrung bringen Jetzt, ja Und? Tau Tau Erfahrung Rät auf Schiffe 23 Meldes 28 Harriett Machen wir mal hier Heilung Auf Tror Und nochmal Heilung auf Tror Und jetzt auch wieder In die Spitze setzen Äh Da Fug Ich glaube das Spiel will mich umbringen Da wird es nochmal schlimmer Schlimmer Weil Die Furcht und die Pest natürlich Fernkämpfer sind Und der Sturm auch Na Gott Wen vertreibe ich denn? Tier Ich würde mal sagen Harit flieht Dass ich nicht sterbe Wenn das hier alles schief geht Ok Tur hat Panik Harit hat Panik Felder Ist Los Friert sie ein Gah Nur mit dem Harit flieht Hab ich keine Tränke mehr Jemand hat den Hat der Tomtränke noch? Oh Gott Mist Oh Der erste ist ein Tod Ja Oh Nett Du bestimmt auch Jupp Ich habe noch ein paar Tränke ein So Und So Naja Blitzsturm Ich werde jetzt einfach mal Froststurm hier drin behalten Um einfach mehr Schaden zu machen Tom greift den an Runde starten Ja Ja Jetzt geht das mal klar Hier eine Menge Blitze Oh Da war der nächste Tod Da war der nächste Tod Ich habe gerade noch nicht gesehen wer War bestimmt Pest 3 Ja 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 die Stürme gehen all kaputt Jetzt Das ist schön Ja das war Pest 3 Mhm Supi Ja die vorrücken Runde starten Angreifen Bewegen Runde starten Jupp Sehr schön 870 Erfahrungen Tom greift Schufe 30 Harit 24 Kronach 26 Sierra 28 Ja Okay In den Tag Gut Also die Heilung mittlerweile öfter einsetzen kann Speichern Ja Gespeichert Will noch irgendjemand mich töten? Danke Hier ist noch irgend Was Hier drin Aha Hallo hier Oh die geht ja Die Gruppe geht Frostlawine Oh Gott Wer erwischt mich mit einer Krankheit oder sowas Ne Moment Sierra hat ja die Heilzauber Ach Alles in Ordnung Ein paar Tränke einwerfen Wie gesagt Ich gekauft 100 noch was Äh Das ist alles so lächerlich Gerade Gift Hauch Ja Die anderen Bewegen sich Das ist schön Warum trifft das alles ähnlich immer Harriet Ich würde mich mal so interessieren Das kann ich eigentlich mit Blitzsturm machen würde ich mal sagen Ich mach den Dungeon nicht Kann ich gleich Heilig Heilig Ach ist entkämpfen nicht möglich Okay Nichts tun Angreifen Angreifen Runde starten Du bist Du bist tot Du bist nicht tot Aber jetzt bist du tot Sag ich doch Und noch ein Blitzsturm Und damit warst du es auch mit der Gruppe Aber Mensch ich kriege ja Erfahrung ohne Ende Noch ohne jemand Der mich töten will Ach richtig Heilig gift Hier ist noch mein Weg zurück Aha Eine Truhe und Gerümpel Hat doch schon mal was Hallo Truhe Stein der Visionen Aha Das macht der Der ist schon mal wichtig Ich kann nicht wegwerfen Ich habe aber Gerümpel noch Irgendwo Hier Oh Dieter Wie cool Warte mal Einen hohen Wert Kunak Die Pfeile brauche ich eigentlich nicht Könnt ihr noch mal Einen Trank für Kunak benutzen So So Und jetzt Meine war es was Kann ich wieder raus Sag mir mal jemand was hier Kann ich das ihn vielleicht ausrüst Wo sie sind hin Bei Trühe Kann ich das im Körper Okay Hat mir der Fackel den Geist aufgegeben No So Hm Warte nu Ist ja irgendwo ein Hebel an den Wänden Oder ein Ende der mittleren Säulen So Ich habe jetzt neue Gegner gespawnt So Nichts aus Warte ein Glück Oder in einem Raum hier Wo war er denn Ah Nein Weg 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 Wenn ich Dämonen kludest, hätte ich sowas von grinden. Egal, ich bin Grano2004. Das war erstmal das Play Albion. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich nachgelesen hab, was dieser Stein kann. Also bis dahin.